Was bringt eigentlich eine Gesichtsreinigungsbürste? Ist das was für dich? Gesichtsreinigungsbürsten gibt es in unterschiedlichen Varianten. Das, was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass man an der Oberfläche wirklich mit der Mechanik, also durch die Reibung und durch diese kleinen Börstchen, die Partikel, den Schmutz und so weiter entfernt. Es ist aber nicht für jeden ideal. Vorsicht bei Akne, bei der Rosazea, also Kupirose, bei Sonnenbrand, Entzündungen, denn dann können Keime verschleppt werden und die Hauterkrankung wird eher schlechter. Wenn du aber nicht daran leidest, ist es eine sehr gute Variante.